Yo, ähm, hallo zusammen zu einem kleinen Infovideo. Toll, dass ich bei einem Infovideo gleich zu Anfang husten muss nebenbei. Ähm, ne. Es geht um das Projekt nach, ähm, Assassin's Creed. Ich hab ja lange behauptet, gedacht, ich würde Portal machen. Allerdings hab ich mir das heute nochmal so durch den Kopf gehen lassen mit Portal. Ähm. Ähm, ja, ich, ehrlich gesagt, ich kenn das Spiel halb auswendig. Auf einen Speedrun hab ich jetzt auch keine Lust. Das wären maximal sechs Parts oder sowas, da können wir's auch gleich lassen. Und ehrlich gesagt, ich find's halt ein bisschen langweilig, wenn wir ein Spiel haben und, ähm, ich kenn's halb auswendig und alles. Und deswegen dachte ich, ja, alles, komm, ähm, mach mal ein anderes Spiel. Ähm, ich hätte nämlich Bock auf eine Lesbenbeziehung mit Liara. Nein, Scherz. Mass Effect hab ich Bock drauf. Und, ähm, ja, ich weiß. Es gibt da einen Hype, um das, ich will kein Dings umschalten. Ähm, um Mass Effect 3 im Moment. Und ehrlich gesagt, ähm, ja, wenn ich jetzt, äh, da mitmachen will, dann komm ich jetzt mit Mass Effect 1 eindeutig zu spät. Das ist richtig. Ähm, allerdings, ähm, will ich jetzt, äh, trotzdem Mass Effect 1, denn dieses Spiel wurde innerhalb des letzten halben bis dreiviertel, ja, warte mal, wann haben sie das denn alles angefangen? Ende Sommer oder sowas haben sie das alle angefangen? Und, ähm, teilweise Yisuanji zum Beispiel, der ist durch das, durch die Spiele so durchgewasht, das war unglaublich. Und ich würde das Spiel gerne nochmal in seiner, in seinem gesamten Umfang zeigen, weil es, ja, ich find's genial auch, ne, also, ähm, find's ja viele. Und, ähm, ich will halt möglichst alles zeigen von dem Spiel, also nicht jetzt irgendwie auf Story basiert, ich will alles zeigen, wie gesagt. Und ich will mein Color Sheep immer noch nicht verändern. Sag mal, auf was für einen Scheiß kommst du denn eigentlich? Also, wie gesagt, ähm, bald kommt dann, ähm, Mass Effect. Gott, ey, ich sollte gleich irgendwie, warte mal, ich, ich huste mal. Moment. So, ich denk, das geht jetzt besser. Wie gesagt, ich werd das, ähm, jetzt, sobald Assassin's Creed fertig ist, ich guck mal eben kurz. Wie viele Parts das sind. Ähm. So. Und Assassin's Creed, ähm, das sind 36, ein Part fehlt noch, den muss ich noch ändern. Also insgesamt 37 Parts sind es, heute kam der 8, 29, glaub ich, raus. Irgendwann im 32. sag ich auch, dass ich, äh, dass es nur noch zwei Parts wären, das ist natürlich falsch, ne. Also, ähm, sind insgesamt 37 Parts. Diese werd ich jetzt noch hochladen und danach werd ich mit Mass Effect anfangen. Also, damit ist dann, glaub ich, auch alles gesagt, oder? Ja, denk schon. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Tschöö. Bis zum nächsten Mal.